Richtig, richtig nice, dass wir jetzt viel mehr Munition zur Verfügung haben. Leute, willkommen zurück zu Doom für die Switch und ja, viermal Kettensäge, ne? Das wird schon geil sein und hier 30 Schuss mit dem Ding, sehr, sehr cool. Okay, aber uns fehlen immer noch zwei Nester, ne? Ja, ich habe zwei Stück, hier oben ist eins, ja, da könnte ich ja eventuell... Ah, ich glaube, da komme ich sogar hin und da ist die zweite Figur. Okay, bloß, ähm, hier habe ich diese... Ah, hier ist die blaue Karte anscheinend, wie es aussieht. So, finde zwei Sammlerstücke noch, dann kriege ich wohl, dann kriege ich wohl nochmal so einen Waffenpunkt. Der hat ja noch einen Waffenpunkt, ja, die hebe ich mir ja trotzdem, ja, aber erstmal auf. So, halt, wartet mal, ich muss ja noch gucken, wo ich hier lang muss. So, okay, hier unten war ich noch nicht. Hier bei dem ganzen Gedärmegesplatter, oh, geil. So, der macht immer alle so Feuergeräusche und so. Ich denke immer, bin ich jetzt hier, bin ich geleih angegriffen oder ist das einfach nur Feuer? Alter, was denn das? Irgendwas Dämonisches. Ja, da, hier, guck mal, hier scheint es irgendwie, irgendwo jetzt hier schon lang, ne? Kann ich hier irgendwo runter? Feuergeheimgang jetzt unter der Treppe? Ne. Irgendwo soll hier aber was sein, aber das ist immer alles so komisch. So ganz krass ist die Karte dann doch nicht, ne? Ich, aber, ist ja auch nicht so schlimm, ich soll ja nicht alles vorwegnehmen. Ich muss einfach mal gucken, wo hier neue... Oh Gott, nicht mehr so ein Fetter. Oh Gott, Alter. Der Fette ist übel. Alter, aber er ist auch tot. Okay, die Dicken, jetzt kommen die Dicken. Soll ich dann mit Kettensäge probieren oder halt vielleicht doch mit dem Stomilwehr? Verdammt, ey, ich hab Angst. Ich hab richtig Angst vor den Typen. Okay, ich muss aber da lang, weil er jetzt zur Karte, okay? Okay, alles klar. Nun gut, dann. Holy shit. Holy shit. Die Fetten sollen mich bitte in Ruhe lassen, ey. Ich hab ja keinen Bock auf die. Vor allem nicht auf so engen Raum, bitte nicht. What? Konzentration und Engagement. Ja, ja, ja. Okay, aber als Speicherpunkt ist alles gut. Speicherpunkt ist immer gut. Was ist das denn hier? Achso, Schrotmoni. Ah, okay, wieder noch so ein Ding hier. Wartet. So. Oh, USC Personal. Ähm. Oh. Samuel Heiden Nummer 1. Okay, gut, ich lass das für euch wieder offen. Das Scrollen geht diesmal nicht. Alles klar, wer möchte, kann sich das sehr gerne durchlesen. Ah, das ist bestimmt alles mega interessant, ey. Aber, aber okay. Ey, was Datenbank kamen schon 4 von 5. Scheint ja zu laufen, wa? So, ich muss da wieder irgendwas drücken. Ah. Hier was drücken? Ne. Welche Dinger hier rumeiern? Ist hier überhaupt irgendwas? Ja, hier. Achso, ich war doch keine Karte. Das war dann nur diese Teile. Ah, aber hier ist eine gelbe Tür. Okay, hier ist eine gelbe Tür. Warte mal, dann kann ich eine Abkürzung machen? Hä? Wie jetzt? Abkürzung machen? Ach nee, achso, das war die gelbe Tür. Okay, wurde auf der Karte vorher nicht angezeigt. Hä? Oh nein. Aber es ist gespeichert. Es ist gespeichert, also alles gut. Na toll, warum ist die Tür jetzt zu? Komm her, du Arsch! Knack! Okay, Schild schön aufheben. Oh, nicht schon wieder so ein Fetter, ey. Alter! Oh Gott. Ich muss mal gucken, ob die Schrot hier irgendwie ein bisschen besser ist. Alles klar. Irgendwie habe ich doch eben gerade noch erwischt. Oh Gott, der Dicke, Alter. Wie der hier rumspringt. Hilfe! Oh Gott. Alter! Oh, Alter. Der hält zu viel aus. Der hält echt zu viel aus. Ich brauche ein bisschen Freilauf! Wops! Okay, der war schon mal nicht schlecht. Ein bisschen zurückgedrängt. Aber nur ein bisschen, ne? So, hier ist ein bisschen rüssi. Alles mal ein bisschen mitnehmen hier. Oh, das ist eine Kettensäge. Hey, stimmt. Moment mal. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Genau, warum eigentlich so viel Muni verschwenden bei den Dicken? Muss doch gar nicht sein. Muss doch gar nicht sein. Knacksen! So! Okay. Speicherpunkt erreicht. Sehr schön. Holy shit, ey. Aber da war immer noch kein Nest. Ich habe echt keinen Bock, dass irgendwas aus so einem Nesten... Okay, das Nest ist aber hier gleich in der Nähe. Und hier ist irgendwo eine Figur. Okay, dann lasst mich mal kurz gucken. Liegt die hier irgendwo zwischen? Oder ist die hier irgendwo drauf? Ach, hier drin! Tada! Geil ist freigeschaltet und ich habe einen neuen Waffenpunkt. Oder wie? Herausforderung beendet? Okay. So. Wie gesagt, alle werde ich hier nicht finden. Oh Gott. Ja. Kann ich hier lang? Äh, ups. Warte mal. So, ich habe jetzt vier Waffenpunkte, ja? Ey, Leute, ich finde das Sturmgewehr bisher richtig geil. Das spiele ich bisher am meisten mit. Das finde ich sehr, sehr cool. Guck mal hier, Schädelspalter kann ich machen. Oder halt Leichtigkeit. Beim Zoom abgefeuerte Kugeln verursachen zusätzlichen Kopfschussschaden. Das wäre ja nicht mal so schlecht. Das ist schon geil. Ich weiß nicht. Aber was habe ich hier nochmal für Sachen so? Ähm. Ja, Schnellfeuer. Ja, das will ich eigentlich... Eigentlich benutze ich die... Ich benutze taktische Gewehr gerade sehr, sehr oft. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich mache mal den Schädelspalter. Bewege dich schneller, wenn du mit dem Fernrohr guckst. Ich mache mal hier. Ich will mehr Schädelplatzer haben. Das wird geil. Oh, fünf Stück brauche ich jetzt schon. So, dann mache ich da noch irgendwie die Knarre. Okay, da habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt, die Knarre. Lange nicht mehr benutzt, um dann den Punkt zu verballern. Lassen wir erstmal. So, ich wollte aber auf die Karte gucken. Hier geht es aber nicht mehr lang. Okay, soweit alles eingesammelt. Und da wird dann die blaue Karte sein, da oben. Also los. Schnappen wir uns den. Weiß ich auch immer, wer hier ist. Ah, scheiße, ey. Da ist das Vieh. Komm, mach mal kaputt hier das Ding. Verdammt. Okay, ich komme hier nicht... Öh. Öh. Erstmal festgehangen. So, von hier aus geht es nicht. Vielleicht da durch die Wand oder was? Ah. Wieso komme ich da nicht hin? Warum kannst du die Tür nicht wieder aufruppen, so wie sonst immer? Kann ich eigentlich den so kaputt machen, lieber? Ist, glaube ich, bloß ein Tease. So, lass mal hier lang gehen. Aha. Alles klar. Wow. Das ist so geil, Mann. Snacks, knacks. Okay. Aua, das war nicht so geil. Das ist aber explodiert. Okay, ich glaube, das sieht aus, das wäre ja alles clean. Vorerst. Rupfen wir mal das Ding raus. So. Jetzt Party Time. Auf engstem Raum. Na, super. Das liebe ich ja. Die Waffe ist aber so stark. So. Die Waffe ist richtig stark. So. Snacks. Oha, Alter. Richtig übel. Weggekippt einfach. So. Wo sind sie denn? Hallo? Leute, wo seid ihr? Leute, ihr müsst schon... Leute. Hey, ich bin doch gerade richtig in Fahrt hier. Oh. Okay, jetzt habe ich einen gehört. Wo denn? Äh. Könnt ihr mich verarschen? Oh Gott. Okay, jetzt machen wir mal hier. Gucken, ob ich hier... Alter. Okay, der Extra Damage ist cool. So, der Extra Damage ist real. Oh Gott, da oben ist noch irgendwo einer. Bloß er macht erstmal nicht viel. Wow. Oh, ist er so ein Dicker. Oh Gott. Ich glaube, für den Dicken... Also, ich schwäche ihn erstmal ein bisschen vor. Und dann mache ich die Kettensäge. Uah. So. Sollte reichen. Oh. Alter. Okay. So. Dämonische Bedrohung reduziert um 75%. Das ist geil. So, sehr schön. Hm. Alter, ich habe über 100 Schuss mit dem Ding. Geil. Das gefällt mir. Okay. So, reduziert wieder. Bedrohung reduziert. Das muss doch hier irgendwo die Karte sein. Die Chipkarte. Wo ist die denn? Oh, oh. Nein, zu dir wollte ich nicht hin. Wer will hier aus dem Maul? So, nur so kriege ich ja den doppelten Mega-Damage. Hier ist es bloß, ob hier einer rauskommt. Okay. Hier ist die Karte. Das ist erstmal ein bisschen rüssi. Wir nochmal hier kurz nachgucken. Denn hier... Oh Gott, Mann. Warum ist denn die Karte immer so scheiße? Okay. Ne. Hier ist diese... Hier ist die Karte. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Äh. Verbesserung. Arena-Scan. Was? Automap gespeichert. Achso. Äh? Was, habe ich jetzt freisch? Habe ich jetzt... Hä? Okay, habe ich noch ein bisschen mehr für die Gießerei. Achso. Dekodierung. Eins von zwei. Alles klar. Ich scroll mal wieder so ein bisschen. So. Okay. Anscheinend sowas freispielt. Na gut. Ähm... Ähm... Das war doch nicht die Karte. Mann, die wird ja nicht angezeigt. Guck mal. Hier haben wir noch... Hier haben wir noch so einen Rüssi-Punkt. Wie kriege ich den? Ich brauche den Rüssi-Punkt. Den will ich unbedingt haben. Dass ich noch mehr Gesundheit oder so bei dem Freispielcampus. Wie komme ich da ran? Von da irgendwie? Irgendwie. Wartet mal. Dann lasst mich mal kurz testen. Ähm... Das will ich haben. Das Teil... Das ist ja jetzt nicht hier, ne? Ne. Das ist jetzt genau da. Das ist genau auf der anderen Seite. Wie soll ich denn da rankommen? Äh... Das ist immer so eine Sache, dass man das nicht wehs. Aber okay. Ich hole mir erstmal hier die Keycard. Guck mal her. Jawoll. Speicherpunkt erreicht. Good. So. Blaue Keycard. Geil. Ähm... M, M, M. Oder soll ich... Ich kann hier runterspringen? Ne. Wenn ich hier runterspringe, dann renne ich hier im Kreis und komme wohl automatisch gleich zum... Ja. Hier wird das letzte Nest sein. Was nicht mehr auf der Karte drauf ist. Okay, dann... Guck mal. Hier ist ja noch so ein riesengroßes... Hier ist ja noch so ein megagroßes Labyrinthgebiet. Alter. Und da komme ich dann schon zu dem Rüstungspunkt. Kann ich mir vorstellen? Leute, soll ich da nochmal hin? Ich würde da ja nochmal hin. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Ob das jetzt nicht, äh... Wie ein bisschen zu viel des Guten wäre und ich es auch viel dadurch... Äh... verpasse. Wow. Angst. Immer noch. Da ist nochmal... Ach, jetzt bin ich ja hier wieder. Jetzt bin ich ja wieder hier unten. Jetzt bin ich ja wieder hier unten. Und guck mal, da ist auch noch so ein riesen Ding. Hm. Ich glaube, da ist auch die Mission dann bald vorbei, da hinten. Okay, ich glaube, die Automap hat einfach mir die ganzen Dinger hier offenbart. Alles Mögliche. So, aber ich könnte nochmal hier hin und dann nochmal auf den Weg dahin. Und bloß da habe ich auch nicht gesehen, den Gang. Wie komme ich denn da oben ran? Das ist total mies. Wie soll das gehen? Ah, ich will so eine Rüstungspunkte echt haben. Die sind geil. Vor allem jetzt, wo ich mehr Munition habe. Aber, naja. Ähm... Hups. Oh, ich wollte schon sagen, ich halte sie jetzt nicht fest, der olle Sack. So, wartet mal. Wartet mal, das ist mir irgendwie nichts. Irgendwie ist mir das alles nichts. Ich will gerne diesen Punkt haben. Ich weiß... Leute, es ist blind, ne? Keine Ahnung. Ich habe halt keine Ahnung. Gerade, weil es so blind ist. Es ist so mega blind. Du, 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 du. Das ist jetzt irgendwo doch hier versteckt. So, ich soll ja irgendwie... Was ist denn hier? Der Raum? Könnte auch der Raum hier einfach sein. Nee, das ist irgendwie genau... Das ist über mir. Wartet mal. Wartet mal. Aha. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Okay, gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, komm schön her zu mir. Geheimnis gefunden. Sehr nice. So, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt, Leute? Jetzt ist natürlich wieder die Frage. Investiere ich... Ach, weil der Sonnepunkte waren. Der hat ja schon mit Munition zu tun. Worin investiere ich das? Hier, guck mal. Arting Scan Technologie verbessert die Effektivität deiner Navigationssysteme. Könnte jemand auch machen. Ach, überall brauche ich schon zwei Punkte. Weil ich schon überall was habe. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Verbessert Kapazität und Nachleidezeit von Ausrüstung. Also von Granaten und so, würde ich mal sagen. Die Tierbräufe verbessert den Tempo bestimmter Aktionen. Sammelt vier Waffen, um diese Aktion freizuschalten. Vier Waffen. Okay, hebe ich mir dann vielleicht mal auf. Ich habe bestimmt bald die nächste Waffe. Hebe ich mir das mal auf. Und ja. Was war das da? Der komische Labyrinthraum. Was mag da sein? Naja. Erstmal keine Zeit, Mann. So, wissen, das habe ich entdeckt. Da freue ich mich drüber. So, gehen wir mal hier schön weiter. Dahin, wo wir hin sollen. Zu der blauen Tür. Zu dem blauen Schacht. So, aufmachen. So. Oh. Geht, ja. Ich habe ja immer. Wow, wow, wow. Ah, verdammt. Na gut, halt so ein Handy gegeben. Denim, 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 babam. Da unten ist das letzte Nest. Alter, ein Schuss und down. Oh, alter, richtig Headshot. Okay, da unten ist das letzte Nest, Leute. Ich hasse so eine Nest da. Oh, hier kann ich mich nochmal vollheilen. Soll ich vielleicht so würdig machen. Okay, dann war hier. Moni, bräuchte ich erstmal nicht. Hier haben wir so einen ekligen Typen. Hat der eine Waffe? Ne. Der war wuss. Hör doch mal auf zu labern, Mann. Du kannst gleich mit mir labern, wenn ich das Nest bereinigt habe. Okay, gucken. Warte mal hier. Blaue Tür auf. Okay, genau. Schöne Abkürzung erstmal gemacht. Alles klar. So. Oh Gott, der wird hier eng. Ja. Geil. So, Kanister. Und hier bin ich jetzt wieder mit dieser großen Sicherheitstür, die dann zum Ende führen wird. Alles klar. Alles klar. Na gut. Gut, Gebiet ist abgecheckt. Wo ist hin? Hier geht's auch nur wieder dahin. Okay, alles klar. Alles abgecheckt. Kannst du mal die Fresse halten? Wäre so geil, wie ich den kaputt machen könnte. Aber nee. Der wird hier wohl die ganze Zeit rumlabern. Na gut. Erstmal raus mit dem ekligen Ding, Mann. So. Boah, Alter. Okay. So. Einfach mal so. Äh. Okay, alles ist zu. Ich bin in Sicherheit. Kommt doch. Oh, Alter. Klingt nach so einem Dicken wieder. Ist hier wieder so ein Dicker. Aber der will nichts. Wenn er nicht will, dann muss ich halt kommen. Alter, wo ist der? Wow. Okay, alles klar. Da ist er. Klacks. Okay. Leute, ihr müsst schon herkommen. Sonst macht das alte Kind. Sagt ihr, Mann. So. Knacks. Knacks. Okay. Noch so ein Typ. Knacks. Okay. Okay. Ich bin schon immer zu früh schlage und ihn voll öh. Erst durch meinen Schlag in Betäubungsmanier bringe. Oh Gott. Okay, hier ist so ein Fetter. Der will es nicht anders. Yeah. Okay. Das war's. Oh, der hat aber... Alter, wieso hat der jetzt drei Energiedinger verbraucht? Die ekligen Sounds. Schau dir den immer an. Okay. Irgendwann ballert hier einfach rum. Keine Ahnung. Ist okay. Irgendwann guter Soundbuck. So, erledigt. Ähm. Er muss wohin jetzt, ne? Dahin. Oha. Ah, da wird es auch nochmal Olive in den Sack geben. So, dann sind hier aber echt noch Gebiete, wo ich nicht war. Aber laut Karte gibt es da wohl auch gar nichts weiter erstmal. Ähm. Führe drei tot von oben Glowy-Kills aus. Naja, okay. Tote drei besessen mit einem exklusiven Fass. Ja, okay. Hätte ich jetzt mehrmals die Chance gehabt, aber... Habe ich jetzt nicht getan. Was soll's? Okay. Ganz eklig. Okay, hier ist auch richtig eklig. Die Tür ist verkleistert. Hm. Okay. Zack, noch ein bisschen Rüssi. Alles klar, hier kann ich jetzt so schön langgehen, wie ich möchte. Okay, aber eigentlich soll ich ja hier hin. Perfekt. So. Okay. Holy shit. Holy shit. Ich habe Angst. Warum explodiert hier alles? Okay, was haben wir hier? Äh. Cookie Cookie. Angst habe ich. Äh. Achtung. Kerntemperatur übersteigt kritische Grenzen. Ja, okay. Wir sind ja schon dabei. Wir machen ja schon Hände hier. Wird doch alles gut, Ma'am. Gnädigste. Speicherpunkt erreicht. Das ist gar nicht gut. Äh. Was haben wir denn hier schönet? Ich liebe dieses taktische Gewehr. Okay, aua. Wart wo? Da unten. Da fällt ja ein, du Sau. Wow. Verdammt. Ich habe ihn vorher erledigt. Okay, ist wieder richtig Rambazamba angesagt. Okay. Wow. Au. Er hat schon, ey. So. Wart du noch ein Explosivtypi? Alter, ich liebe das Ding. Ich liebe das Teil. Ich gebe dir einen Namen. Wow. Den finde ich nicht so cool. Den finde ich nicht so schnuckelig. Aua. Okay. Erstmal ein bisschen rumrennen. Vielleicht ein bisschen mehr, äh, Rüstung finden. Ja, hab ich da extra welche liegen lassen. Ich hab nur einmal Kettensäge, aber ich weiß nicht, ob das reicht, weil das eh noch mal drei Dinger verbraucht. Warum? So. Kann ich erstmal vielleicht ein bisschen rumballern. Jetzt komm her. Oh, okay. Das reicht echt nicht. Das reicht echt nicht. Okay. Das reicht nicht mehr. Ähm. Ich muss irgendwo noch ein bisschen mehr ballern. Sonst geht's mir schlecht. Hups. So. Dicke Arena. Komm her. Dicke Typ. Dicke Arena. Und ich bin gleich tot. Alter. Die ganze Wurde verballert. Den gibt's doch nicht. Äh. Was ist denn das denn für Hesrons jetzt, Alter? Komm her. Knacks. Okay. Oh. Verdammt, ey. Wenn nochmal so ein fetter kommt, ey. Dann seh ich aber alt aus. Dann seh ich richtig alt aus. Okay. Okay. So, Energie, danke. Äh, wo willst du hin? Ich kann nicht hinterher springen, ich bin voll fies. Aua. So. Knacks. Okay. Also eigentlich ist der Part schon vorbei, ne? Ihr wisst das, ne? Sind wir mal nicht so. So, so einen kleinen Typen würde ja Kippensäge nochmal was bringen. So einen kleinen, aber. Ihr wisst ja. Knacksen. So. Hier wird nochmal so ein dicker kommen. Ich seh jetzt schon kommen. Der ist. Da muss ich nochmal gucken, was ich gegen die machen. Weil der ist so verdammt schnell. Oh, das ist ja schon. Das ist ja schon. Nicht euer Ernst. Zwei Stück. Zwei Stück. Ernsthaft. Wow. Und dann auch so ein Typ dazu. Ist schon klar, Mann. Oh Gott. Leute, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich muss mal gucken. Alter. Aber wie schnell die sind, Alter. So. Die sind richtig schnell. Immer schön drin im Kopf, Alter. Mit der Schrot. Das heißt, ob der mich richtig trifft oder nicht. Keine Ahnung. Knacks. Knacks. So. Ist jetzt mal bald Schluss hier. Muss Feierabend machen. Feierabend kiff ich den hier. So, ein bisschen die Idee noch ein bisschen so auf die, auf die Fersen heften hier. Wo sind die jetzt hin? Wo ist der Hände der Sack? Du, 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 du. Das ist aber schon mal sehr ähnlich hier, oder was? Okay, das ist erstmal Russi. Erstmal holen. So. Da ist er ja. Denkst du kannst von mir abhauen, oder was? So. Und tschüss. Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Oh, Olivia, die Gute? Na, die geht ja so nicht. Okay, Leute, aber vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Das war geil. Speicherpunkt erreicht. Mann, das ist so heftig, ey. Das macht so einen Spaß. Ah, schön kühl. Ach ja. Leute, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao.